Wie hältst du es mit der Enthaltsamkeit? Für mich gehört Sex in die Ehe. Bin noch nicht verheiratet, wie ihr seht. Von daher hatte ich auch noch keinen Sex. Also ich lehne den Glauben an einen Gott ab. Würdest du jetzt sagen, ich komme zum Beispiel in die Hölle? Glaubst du denn, dass irgendwas passiert, nachdem man stirbt? Außer, dass mein Körper verwächst. Homosexualität. Wie stehst du dazu? Ich glaube tatsächlich, dass Gott den Mann für die Frau geschaffen hat. Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? So, ihr schamlosen Mistkerle und Mistkerlinnen und solche, die es werden wollen. Unser Freund Leeroy liefert heute mal wieder fantastischen Content, beziehungsweise heiligen und unheiligen Content. Und das Ganze werden wir heute mal wieder ganz genüsslich von unten nach oben abfilmen und durchanalysieren. Von unten nach oben genüsslich abgefilmt. Und für die, die mich noch nicht kennen und sich vielleicht fragen, warum macht denn jetzt ein Coach für Selbstbewusstsein ab und zu Videos über Religion und Atheismus? Dazu lässt sich sagen, es hängt ja alles zusammen. Das Gehirn ist wichtig, Logiktraining ist wichtig, der Mensch ist schon irrational genug. Und wenn der Verstand nicht trainiert ist, wenn das Gehirn nicht trainiert ist, dann ist das eine unheimlich gefährliche Waffe. Und wenn der Verstand und das Gehirn aber trainiert ist, dann ist es ein fantastisches Werkzeug. Und von daher ist es natürlich mein Job und auch mein Anliegen, dass so viele Leute wie möglich einen gut trainierten und entwickelten Verstand mit sich rumtragen. Jedes habe ich herangebildet, 800 Jahre lang. Ja, natürlich. Also, los geht's. Mein Name ist Leroy und mit meinen heutigen Gästen prallen zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Zum einen treffe ich auf Avi. Avi ist gläubiger Christ und sagt von sich selbst, dass er Gott bereits erlebt hat. Als Mitglied einer... Und da ist auch direkt schon der erste Klassiker. Und zwar, ich persönlich habe Einhörner erlebt, deshalb existieren sie. Was aber natürlich jeder Anhänger jeder Religion behauptet mit den jeweils dazugehörenden Göttern. Und Beweise brauche ich nicht. Ich fühle das einfach. Und bevor jetzt die gläubige Fraktion, wie immer bei dem Thema, direkt ausrastet und an die Decke geht, bevor mal ein bisschen nachgedacht wird. Ich schreibe niemandem vor, was er glauben soll oder an was er nicht glauben soll. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ihr könnt das ruhig auch alle fühlen. Aber ich mache hier nur Logik-Training und Gehirntraining. Und natürlich ist es schon wichtig, beziehungsweise ich empfehle das immer, dass es einem wichtig ist, dass das, was man glaubt und denkt und fühlt, vielleicht auch der Wahrheit entspricht. Für Katholiken unvorstellbar. Und ich behaupte, dass religiöse Leute dieses Gen entweder nicht haben, und das glaube ich nicht wirklich, sondern ich glaube, dass das im Logikzentrum einfach lahmgelegt ist. Denn so ist der Mensch natürlich gestrickt. Das, was einmal tief als Glaube verankert ist, egal wie irrational oder unbegründet, das wird trotzdem auf Teufel komm raus, pun intended, geglaubt. Und dabei geht ja aber, wie wir es hier in dem Video auch noch sehen werden, der Wert der Wahrheit leider flöten. Die Wahrheit ist was für Idioten, Johnny Boy. Denn Gefühle und Glaube und Überzeugung und so weiter, alles schön und gut, macht, was ihr wollt. Nur das ist ja kein verlässlicher Wegweiser in Richtung Wahrheit. Und die bleibt oft auf der Strecke dabei. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Und wenn jetzt einer sagt, ja, ich glaube das einfach, ich fühle das einfach, aber natürlich kann ich es nicht beweisen. Und natürlich ist das nur ein Glaube und ich würde jetzt nie behaupten, so ist es auf jeden Fall. Dann hätte ich noch nie ein atheistisches Video gemacht, muss man dazu sagen. Aber gucken wir mal, ob es bei diesen Aussagen bleibt oder ob es noch ein bisschen spezifischer wird, wie Gott denn genau ist und was er will und wie er sich fühlt und was er veranstaltet und wie er ausrastet, wenn wir nackt was anderes machen, als er sich das so vorgestellt hat. Ich will große Rachetaten an denen vollführen und mit Grimm werde ich sie strafen. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ja? Abi ist gläubiger Christ und sagt von sich selbst, dass er Gott bereits erlebt hat. Als Mitglied einer Freikirche predigte er bereits vor hunderten Menschen und brachte ihnen dabei seine persönliche Glaubensrichtung näher. Mein anderer Gast Adrian ist überzeugter Atheist und glaubt nicht an Gott. Überzeugter Atheist ist erstmal ein geiler Begriff, ein geiler Widerspruch in sich und dafür gerne hier mein Video gucken, Atheismus logisch erklärt, wo ich, überraschenderweise, Atheismus logisch erkläre und auch warum Agnostika nicht das gleiche wie Atheismus ist und so weiter, dass die Leute das immer alles durcheinander würfeln und gerne auch hier diesen Gott-die-Bankt-Dreiteile oder was es war gerne noch reinziehen, wo das Ganze in epischer Breite erklärt wird, was Atheismus ist und was immer gelabert wird, was es angeblich wäre. Auch wenn man es 500 Mal erklärt. Immer die gleiche Streisung, weißt du doch wieder nicht? Bereits als Kind war er auf der Suche nach der Wahrheit und fand diese vielleicht auch, allerdings nicht in der Bibel. Ihr könnt natürlich, bevor es losgeht, diesen Kanal noch aktivieren und die Glocke abonnieren, um keines dieser Videos mehr zu verpassen. Ja, gute Idee. Bei mir gerne auch. Kirche, Gott und das alles, das ist ja irgendwas, womit wir alle irgendwann mal in Kontakt kommen, früh schon in der Schule. Aber erzähl du mir mal als allererstes, wie hat das bei dir angefangen? Ja, und das passiert ja früher schon, durch die Filme und so weiter. Es gibt ja jetzt nur wenig atheistische Filme, sondern es gibt ja schon viele Filme, wo Gott drin vorkommt und auf Preisverleihung und was weiß ich was wird dem Gott gedankt. Von daher wird man ja nicht erst in der Schule mit Atheismus oder mit Gott konfrontiert. Wie bist du so zur Kirche gekommen? Also ich wohne zwar in Berlin, komme aber auch aus Stuttgart und da ist ja noch mehr so mit Kirche, man geht sonntags dorthin. Von daher habe ich schon damals quasi das Wort Gott oft gehört und wusste, okay, Menschen glauben daran. Ja, und genau das ist der Punkt. Menschen glauben daran. Und das menschliche Säugetier ist halt so, dass man nicht ausgestoßen werden will. Man will nicht der Ausgeschlossene oder der Verstoßene sein. Also glaube ich doch lieber auch mal dran. Außer man hinterfragt das dann irgendwann und dann kann man, wenn man denn will, wieder aussteigen. Aber das ist oft nicht so easy. Da braucht es ein bisschen Stärke für. Und je mehr das reingeballert ist, zum Beispiel beim Islam. Wenn es konservativ ist und sehr, sehr heftig und frühkindlich indoktriniert und aufoktroyiert wird, ist das sehr, sehr, sehr schwierig teilweise da auszusteigen. Ich habe ein paar Klienten im Forum, die ihren Weg schildern, wie sie da ausgestiegen sind und das verheimlichen mussten und so weiter. Also Thema Islam jetzt. Und das ist schon sehr, sehr heftig und erfordert sehr viel Stärke, da einfach über die frühkindliche Indoktrinierung hin wegzugehen und zu sagen, ja Moment mal, glaube ich das denn überhaupt? Stimmt das denn überhaupt? Beim Christlichen ist das jetzt nicht ganz so schwierig. Das kriegt man schon mal hin, wenn man ein bisschen nachdenkt. Aber beim Islam, wenn das konservativ ist und sehr früh und sehr heftig reingeballert und mit drakonischen Strafen und so weiter und Höllenandrohungen und der ganze emotionale Kindesmissbrauch, nenne ich es jetzt mal, genüsslich. Das ist schon nicht ohne und erfordert Stärke und Mut und beeindruckt mich immer wieder, wenn das jemand schafft. Und ich hatte auch schon mal eine andere Klientin, die war in einer ähnlichen Sekte, Zeugen Jehovas. Mitgekriegt, das war ein Witz. Und die hat es da auch rausgeschafft. Absolut beeindruckend, absolut faszinierend und gleichzeitig aber auch absolut erschreckend, was da für Mechanismen wirken. Das ist jetzt beim Christentum, wie gesagt, nicht ganz so heftig, aber die gleichen Dynamiken und beim Islam ziemlich heftig. Hat aber bei mir noch nicht gehiesen, dass ich irgendwas erlebt habe und irgendwie an den Gott auch glauben wollte. Irgendwann hat es dann doch Klick gemacht. Du bist evangelisch, katholisch? Evangelisch. Irgendwann hat ein Freund für mich gebetet. Und das hat tatsächlich was verändert, weil das krass war, weil ich einen Frieden erlebt habe, den ich davor nicht kannte. Das ist Einhörner-Spenden-Trost, also existieren sie. Einer der Flop 10 oder Flop 20. Und natürlich folgt da aus A wie immer nicht automatisch B. Das heißt, nur weil sich irgendwas irgendwie anfühlt, heißt es ja nicht, dass es irgendein Hinweis auf eine Realität ist. Ich kannte das, wenn es auf einer Party nice war und irgendwie ein cooles Gefühl da war oder andere Sachen gut sind. Aber es war irgendwie ein Frieden, der da war, obwohl mein Vater schwer krank war zum Beispiel oder obwohl andere Sachen passiert sind, wo man sagt, okay, von außen ist Friede jetzt nicht die erste Reaktion, die man vielleicht hat. Ja, das erzähle ich, glaube ich, auch in diesem Gott, die bangt. Drei Teile irgendwo, dass ich als Kind auf dem Friedhof mal so einen Moment hatte. Stand da am Grab und so ein bisschen Wind im Baum und die Sonne schien durch die Blätter und auch so einen ganz friedlichen Moment erlebt. Und wenn ich dann ein bisschen leichtgläubiger und ein bisschen mehr indoktriniert gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch dem heiligen Sankt Kuckucks Wolkenheim oder irgendeinem sonstigen Gott zugeschrieben. Hätte durchaus sein können. Wenn ich ein bisschen dümmer wäre, hätte ich selber einer werden können. Müsste eine lustige Steinigung werden. Und stattdessen als Atheist, wer jetzt nicht an einen Gott glauben kann, weil einfach keine Hinweise, keine ausreichenden drauf vorliegen, dann halt dieses friedliche Gefühl einfach selbst aufrufen, selbst produzieren, so wie es die Gläubigen, wenn Gott nicht existieren sollte, höchstwahrscheinlich auch machen. Durch Meditation, durch Natur und durch Verbindung mit sich selbst, in Anführungszeichen, und mit anderen Menschen und Tieren. Und Hobbys und Leidenschaften und natürlich wie immer durch das Verweilen im Hier und Jetzt, wenn das gut trainiert ist. Siehe Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart. Also ich bin in der Freikirche in Berlin und ich bin dorthin, weil irgendwie die Inhalte so vermittelt wurden, dass ich auch in meinem Leben was damit anfangen kann. Welche Rolle hat denn Glauben bei dir so gespielt in deinem Leben bisher? Also der religiöse Glaube an und für sich tatsächlich keinen großen. Ich glaube, die letzte wirkliche Kirchgängerin meiner Familie, es war meine Oma und die hat uns auch als Kinder manchmal mitgenommen. Aber das Einzige, an was ich mich erinnere, ist, dass ich es da ziemlich laut fand, weil die haben alle gesungen und da ist ja so ein großes Echo. Und dann habe ich angefangen zu weinen und ist auch mit mir rausgegangen. Also war für mich dann so das, was in meinem Kopf so hängen geblieben ist. Und das wäre jetzt natürlich auch nicht der geilste Beweggrund, um Atheist zu werden. Hoch als Kind in der Kirche fand ich es mal ein bisschen negativ und hat ein bisschen Schiss oder fand es ätzend. Das ist kein rationales Argument. Mal gucken, ob er das hernimmt für seinen Atheismus als Begründung. Ansonsten ist es letztendlich, was ich mich erinnere, Religionsunterricht in der Schule. Und das sind so die letzten Sachen, die ich mit religiösem Glauben zumindest verbinde. Du bezeichnest dich selber als Atheist. Was genau ist das? Atheist ist quasi das Gegenteil eines Theisten. Also ich lehne den Glauben an einen Gott ab. Wasphemie! Eigentlich ein Wort, das es gar nicht geben sollte, weil es gibt ja auch keinen Nicht-Golfer oder einen Nicht-Briefmarkensammler. Das sind keine Hobbys. Deswegen, also es ist im Endeffekt einfach nur die Ablehnung des Ganzen. Okay, das war in Ordnung. Das heißt, da hat man rausgehört, dass er sich jetzt auch mal ein paar Stunden damit beschäftigt hat und dass sie nicht wieder hier irgendeinen genommen haben, der dann sich mit überhaupt nichts auskennt und noch nie wirklich drüber nachgedacht hat und undifferenziert ist. Merkt man daran, wenn dann dieses Nicht-Golfer und Nicht-Volleyballspieler und so weiterkommt, dass die Leute sich schon mal mit der Logik dahinter beschäftigt haben, was Atheismus denn überhaupt ist. Und siehe meine anderen empfohlenen Videos dazu. Das heißt, wie immer, Atheismus ist keine eigene Weltanschauung, sondern einfach nur die Ablehnung des Ganzen. Wie halt nicht golfen kein Hobby ist und so weiter. Du denkst halt einfach gar nicht drüber nach. Dann kommt ein Teist und sagt folgendermaßen sieht's aus und du sagst, nee, überzeugt mich nicht und machst wieder dein eigenes Ding. Mehr ist es erstmal nicht. Und das jeweilige Weltbild, wer du dann bist, was du glaubst, was du nicht glaubst und so weiter, in allen anderen Belangen, ob du dann ein Heiliger oder ein Verbrecher wirst, das kommt dann erst danach. As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. Wollen Sie das? Nein, verpiss dich. Wann hat das denn bei dir angefangen, dass du Kirche und Glauben so an sich angefangen hast zu hinterfragen? Ungefähr mit 17, 18, da hat das angefangen. Also ich war vorher schon immer so ein bisschen auf der Suche. Ich finde das alles super interessant. Also ich bin ein kleiner Religionsgeek. Also mein Bücherregal ist voll mit religiösen Büchern tatsächlich. Ach, also du hast dir das schon alles reingezogen? Das schon? Ich habe mich damit definitiv beschäftigt. Ja, aber irgendwann denkst du... Ja, so werden die Leute ja zu Atheisten. Du wirst ja nicht Atheist, weil du nicht drüber nachdenkst, sondern weil du dir den ganzen Kram halt reinziehst und kritisch hinterfragst und dann überlegst du, wer gibt das überhaupt Sinn? Ist das logisch, was mir da erzählt wurde? Ist das begründet? Kann irgendeiner was beweisen? Und so wirst du ja Atheist. So steigst du aus dem Kram aus. Und natürlich wissen die meisten Atheisten, zumindest die, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, wesentlich mehr über den ganzen Kram als die meisten Theisten, die es einfach nur frühkindlich indoktriniert bekommen haben. Oder ja, man macht es halt einfach so, weil die ganze Familie macht, so wie man wählt halt im Schnitt auch immer das, was die Eltern wählen, bis zu einem gewissen Alter. Vielleicht, wenn man mal sich selbst informiert dann. So läuft es halt oft ab beim menschlichen Säugetieren. Siehst du dir halt, es ist irgendwie schon alles ein bisschen weird. Da fing das dann halt alles an. Also es war auch erst mal wirklich einfach nebenbei. Ich habe einfach nicht geglaubt. Und irgendwann habe ich aber halt auch gemerkt, dass der Glaube halt trotzdem Einfluss auf mein Leben hat. Welchen? Wie zum Beispiel Karfreitag darfst du nicht tanzen gehen. Ich sage mal, jeder kann zu Hause bleiben, der nicht tanzen möchte, weil er sagt, ey, ich traue heute. Aber wenn ich irgendwo in einem Club bin und da mega abgehe... Wir tanzen mit Ihnen die ganze Nacht durch. Das interessiert die Leute nicht. Davon kriegen die ja nichts mit. Wie stehst du dazu? Ich halte generell eh nichts davon, Leute zu irgendwas zu zwingen, entweder zu tanzen an dem Tag oder auch nicht. Ich glaube, dass es bei Gott eher so ist wie zum Beispiel in einer Partnerschaft. Wenn ich meine Freundin dazu zwingen würde, mich zu lieben, wäre das ja keine Beziehung. Also wer will eine Beziehung zu jemandem, den man zwingt? So glaube ich ist es eben auch mit Gott. Gott möchte niemanden zu irgendwas zwingen und dementsprechend möchte ich auch niemanden zu irgendeinem Glauben zwingen oder so. Erstens ist jetzt hier wieder der Klassiker passiert, dass die ersten 20 Schritte übersprungen wurden. Das heißt ja, Gott will ja dies und das und Gott will ja niemanden zwingen und das will er und das will er nicht. Jetzt wird schon wieder Gott vorausgesetzt, ohne dass überhaupt mal geklärt ist, existiert er oder sie oder es denn überhaupt. Das machen die Theisten immer, Gott will ja dies und das und jenes. Und der Atheist ist meistens völlig am Pennen und sagt, ja, 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 okay, ja, ja, anstatt, ja, ja, Moment mal, jetzt hast du ja Gott vorausgesetzt, sagt wer, steht wo, kannst du das beweisen, kannst du das nicht beweisen. Aber dann wäre das Video hier wieder nach zwölf Sekunden beendet, wenn er einfach nur da sitzen würde und sagen würde, ja, was hast du denn für Beweise? Welche Hinweise gibt es denn konkret? Ja, ja, bla, 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 ja, nix. Kommt dann im Endeffekt raus und dann wäre die ganze Diskussion ja wieder beendet. Man könnte dann höchstens noch darüber diskutieren, ja, was bringt dir das denn an, was zu glauben? Ja, das wäre dann immer noch okay, könnte man darüber diskutieren, aber dieses ganze Thema wäre halt direkt im Keim erstickt. Das mögen die Theisten natürlich nie, wenn ich sowas sage, ja, dass du das so auf zwölf Sekunden runterbrechen kannst. Aber so ist es halt, so ist nun mal die Situation. Ja, das gefällt mir. Und dann der Klassiker von wegen, ja, Gott will ja niemanden zwingen. Ja, das ist ja alles auf freiwilliger Basis und er macht es ja aus Liebe. Er steckt dich dann halt nur in die Hölle, wenn du es nicht tust. But he loves you. Ja, das heißt, es ist komplett auf freiwilliger Basis. Zumindest für die, die an den klassischen Klischee-Quatsch mit der Hölle im Feuer und so weiter glauben. Sondern glaub eher, dass Gott einfach ein krasses Interesse an uns hat. Ja, Gott hat so ein krasses Interesse an uns, dass er uns alle sich gegenseitig umbringen lässt und alle 1,5 Sekunden oder sowas ein Kind völlig grundlos sterben lässt. Das heißt, das Interesse ist schon fast grenzenlos. Oh, thank God for that. Die Frage ist, was wäre denn jetzt deiner Ansicht nach, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich glaube halt nicht, okay, er hat Interesse, ich ignoriere das, würdest du jetzt sagen, ich komme zum Beispiel in die Hölle? Ich glaube tatsächlich, dass unser Leben eine Auswirkung auf die Ewigkeit hat und dass wir uns eben entscheiden können, mit Gott eine Beziehung haben zu wollen. Es war so ein schöner Abend, es war so romantisch. Oh Mann, da muss ich hin, das ist doch ganz klar, was mache ich noch hier? Und auch dagegen natürlich und das, glaube ich, auch eine ewige Konsequenz hat. Ähm, genau. Also, gibt's eine Hölle? Ja, gar nichts ausgesagt, ausgewichen natürlich. Und Lira, also, gibt's eine Hölle? Hat gemerkt, dass er nichts ausgesagt hat. Ja, fand ich gut. Ich glaube, es gibt Himmel und Hölle. Obwohl ich sagen muss, dass Himmel und Hölle von Menschen gemachte Begriffe sind. Für mich hat's eher was damit zu tun, in Ewigkeit mit Gott zu leben, der für mich das Gute symbolisiert, also nicht nur symbolisiert, sondern verkörpert, dass bei ihm Friede ist, dass bei ihm Hoffnung ist und es dann einfach nur einen Ort gibt, wo das eben nicht ist. Menschen nennen den Hölle. Ich glaube, man kann's besser eben damit erklären, einfach mit Gott in Ewigkeit zu leben oder ohne. Und da glaube ich tatsächlich, dass das echt ist. Ja, also wieder keine Aussage. Ja, was denn jetzt? Er ist jetzt bestraft oder nicht mit Gott, ohne Gott. Was heißt das konkret ohne Gott? Das hätte er jetzt nochmal nachfragen müssen. Ja, was heißt denn konkret ohne Gott? Oder er hätte es nachfragen müssen. Ja, ist das jetzt eine Bestrafung? Habe ich dann Schmerzen? Geht's mir dann gut oder nicht? Weil wenn er denkt, dass er fürs Nichtglauben in die Hölle kommt und ewige Schmerzen erleidet, dann können die beide auf einem tieferen Level nie wirklich befreundet sein. Ja, das ist eine unüberwindbare Kluft dann, die von ihm ausgeht. Bevor wir in die Tiefe einsteigen, ich habe mir nämlich gerade dafür heute mal was anderes überlegt. Und zwar habe ich ein paar Begriffe vorbereitet. Der erste Begriff sind die zehn Gebote. Und der Invisible Man hat eine spezielle Liste von zehn Dingen, die er nicht will, Sie zu tun. Was denkst du dazu? Wow. Also die ersten drei Gebote, die sind eigentlich einfach nur Narzissmus. Masphemie! Wer wiederholt seine Sünde? Weil da geht es eigentlich nur darum, ich bin Gott, hab mich lieb. Dann geht es eigentlich weiter mit guten Grundsätzen, die aber auch sehr viele wichtige Dinge, also für unsere heutige Zeit einfach ausklammern. Ich meine, du sollst dich töten, du sollst dich stehlen, du sollst Mutter und Vater herren, all super Sachen. Aber ich sage mal, das ist nichts, worauf ich nicht vielleicht auch irgendwann aus Empathie und Gruppenzugehörigkeit so gekommen wäre. Wir Menschen sind ja nicht ganz blöd. Okay, du sagst der eine ja, der andere weniger. Also leider, ich meine, wenn man auch ein bisschen rumkommt und ich mich erinnere auch zum Beispiel an die Philippinen, was man dort sieht, kommt leider nicht jeder auf die Idee. Ich habe, also du siehst Kinder auf der Straße, die haben kein T-Shirt, die haben nicht mal eine Hose und die werden dann noch von Menschen ausgenutzt, werden misshandelt und da habe ich nicht das Gefühl, dass viele Leute das in sich haben, grundsätzlich danach leben zu wollen, sondern eigentlich, dass der Mensch leider ganz oft sich selber nur als erstes im Kopf hat. Ich finde, die zehn Gebote sind ein krasser Standard, wo ich glaube, wenn wir uns dran halten würden, sich viel verändern würde und ich sagen muss, dass man das grundsätzlich, also ich das nicht bei der Mehrheit sehe, weil wir ja auch sehr viel Leid leider sehen. Und die Mehrheit ist ja auch ganz klar atheistisch weltweit. Nein, natürlich nicht. Die meisten Leute weltweit glauben noch an Gott. Und wie sieht es aus? Mord und Totschlag natürlich. Wenn diese zehn Gebote und so weiter, du sollst es nicht töten, wenn das funktionieren würde, dann würde es ja funktionieren. Und selbst wenn die zehn Gebote nicht größtenteils absoluter Mumpitz wären, außer ein paar völlig logische Dinger, auf die man natürlich auch säkular schon längst gekommen ist. Früher mag das noch was anderes sein zu noch barbarischeren Zeiten. Dann mag das durchaus noch sinnvoll gewesen sein, um die Leute in Schach zu halten. Aber mittlerweile ginge das ja auch ohne, wenn der Verstand zumindest entwickelt ist, weswegen ich teilweise zumindest meinen Job mache und auch diese Videos hier. Du brauchst ja keinen Einhorn im Himmel, was hier sagt, du darfst nicht böse sein, um nicht böse zu sein, um vielleicht zu raffen, dass die Freiheit, deinen Arm zu schwingen, an der Nase deines Nächsten aufhört. Das ist jetzt nicht so verrückt. Es gibt ja auch Moral schon unter Affen, gibt da ziemlich interessante Experimente. Also der Mensch ist ja empathiebegabt, wenn er denn zumindest einigermaßen entwickelt ist. Von daher ist das alles auch nicht so kompliziert. Aber das ist natürlich auch ein Problem. Ja, wenn Leute oder wenn es Leute gibt, die den allmächtigen Schöpfer im Himmel brauchen, der sie bestraft für böses Verhalten, um sich moralisch zu verhalten, dann sollten die vielleicht wirklich noch weiter an sowas wie Gott glauben. Aber das kann ja nicht das Ziel auf die nächsten 500 Jahre sein. Das Ziel müsste ja sein, sich von selbst aus, weil man vielleicht Bock drauf hat, moralisch zu verhalten. Für Katholiken unvorstellbar. Und weil es sinnvoll ist. Ja, ich weiß, völlig absurdes Konzept für viele Gläubige, das einfach aus sich selbst rauszuschöpfen, durch einfache Überlegungen und ganz normale Empathie. Und immer dieses Flop-Ten-Gelaber von wegen, ja, Moral gibt es nur mit Gott und mit Religion. Deshalb sind ja auch die Gefängnisse weltweit knallvoll, randvoll bis oben hin mit säkularen, humanistischen Atheisten. Die einfach nur sündigen wollen, diese schamlosen Mistkerle. Das sind nichts weiter als bekackte Amateur. Kann ich super nachvollziehen. Ich finde es halt auch nur schwierig, aus dem sozialen Brennpunkt der Philippinen, wo es halt wirklich ums tägliche Überleben geht, eine Pauschalisierung auf die Menschheit zu machen. Also ich kann ja hier in Köln auf die Straße gehen und sehe genauso leid, sehe Menschen, die verletzt sind, die andere verletzen. Also Themen, wo du auch Menschen eingeladen hast, wo Leute was mit Missbrauch zu tun haben und andere Sachen. Da muss ich ja gar nicht so weit. Es wird vielleicht nicht offen auf der Straße immer natürlich gesehen, aber leider passieren die Dinge ja auch bei uns. Ja, natürlich ist der Mensch im unentwickelten Zustand ein gefährliches Säugetier. Und da gibt es halt zwei Lösungen. Entweder du sagst, hier, da gibt es den allmächtigen Schieß-micht-tot auf Wolke 7, der dich bestraft, wenn du das nochmal machst. Das ist eine Variante. Oder du sagst, hier, vielleicht liest doch mal ein Buch und denk doch mal nach und entwickle doch mal deinen Geist und deinen Verstand, dass du es danach vielleicht gar nicht mehr nötig hast. Ja, dreimal dürft ihr raten, welche Lösung davon ich präferiere. Jesus, was bedeutet dir Jesus? Also mir bedeutet er ziemlich viel. Ich finde es spannend, was mir dazu oft einfällt, weil Menschen ja sagen, okay, war er wirklich Gottes Sohn? Oder wer ist diese Person? Die hatte ja irgendwie gute Maßstäbe, aber wer ist er? Finde ich zum Beispiel schon mal spannend, dass historisch auch außerbiblische Quellen bestätigen, dass die Person gelebt hat. Zum Beispiel römische Quellen und so. Und für mich selber ist er wirklich der, der den Weg zu Gott freigemacht hat, der mich liebt und deswegen eine Strafe auf sich genommen hat, die ich eigentlich verdient hätte. Erstmal natürlich wieder der Klassiker, der unumstößlich bewiesene Jesus, was Blödsinn ist. Ja, es gibt Quellen hier und da, aber natürlich ist nicht völlig klar, dass es damals wirklich einen Prediger namens Jesus gegeben hat, der vor allem nicht, der da Wunder vollbracht hat, dieser Quatsch immer. Und selbst wenn das bestätigt wäre, da war dieser eine Jesus und der ist dann gekreuzigt worden und ein paar Leute haben angeblich gesehen, wie er Wunder vollbracht hat. Selbst wenn es einen Typ gegeben hätte, der Wunder vollbracht hätte, dann wäre das selbst noch lang kein Beweis für irgendeine Gottheit. B würde hier auch wieder nicht aus A folgen, sondern das Einzige, was man darüber sagen könnte, wäre, okay, es hat anscheinend damals einen Typ gegeben namens Jesus, der irgendwelche Wunder vollbracht hat beziehungsweise irgendwas vollbracht hat, wo keiner eine Erklärung für hatte. Mehr könnte man darüber nicht aussagen. Ja, das ist Flopten oder Flopzwanzig-Kracher. Ich würde eher sagen Flopten sogar. Und zwar, ja, aber Jesus hat gelebt, also Einhörner. Das ist ja logisch. Ja, B folgt hier wie immer oder wie so oft nicht aus A. Und diese ganzen klassischen Logik-Dinger, die nur eigentlich wirklich nicht kompliziert sind, aber die musst du als religiöser Typ, wenn du da frühkindlich mit indoktriniert wurdest, musst du einfach nochmal komplett von Null neu lernen. Ja, die einfachsten logischen Zusammenhänge. Du musst das neu trainieren, so wie man es als Kind ja auch trainiert. Das einfaches Beispiel, wenn du jetzt an der Tür klopfst und es wird nicht aufgemacht, dann folgt daraus nicht automatisch, dass da jemand Totes drin liegt. Vielleicht ist derjenige oder in der Luft rumschwebt oder was weiß ich gerade auf Wolke 7 schwebt, sondern das Einzige, was man darüber sagen kann, ist, okay, er hat nicht aufgemacht oder sie hat nicht aufgemacht. Und das kann jetzt vieles bedeuten. Entweder ist er oder sie wirklich tot oder ist am Pennen oder ist am Duschen und hat es nicht gehört oder ist im Vorgarten und so weiter und so fort. Diese klassischen, einfachen Logik-Dinger, die lernt sie als Kind irgendwann. So ähnlich wie halt manche Katzen auch Türen öffnen können. Merken, okay, wenn ich da auf die Klinke drauf springe, dann kann ich eine Tür mit öffnen. Diese Logik verstehen. Es ist eine Glastür, dass du nicht raus kannst, dass du da drin gefangen bist. Das lernt eine Katze ja auch irgendwann. Und so ähnlich musst du das als Mensch sowieso von Kindheit lernen, wie die Welt funktioniert. Und ich behaupte aber, dass bei gläubigen Leuten, die frühkindlich damit indoktriniert wurden, genau dieses Logikzentrum für verschiedene Sachen, gerade was das gläubige Thema, das Gottes Thema befasst, dass es da aussetzt, dass es da nicht funktioniert und einfach überschreibt. Dass dann auf einmal nicht klar ist, dass hier B nicht klar aus A folgt und so weiter. Der Glaube macht es dann einfach angeblich passend und sämtliche eigentlich easy-peasy-pille-palle-Logik-Dinger sind auf einmal völlig ausgehebelt. Der mich liebt und deswegen eine Strafe auf sich genommen hat, die ich eigentlich verdient hätte. Und das ist ja auch ein Kracher. Der mich liebt und eine Strafe auf sich genommen hat, die ich eigentlich verdiene. Ja, wofür denn? Was hast du denn so Schlimmes gemacht? Dieses komplett kranke Ding der Erbsünde. Was ist das für eine Art, Kindern zu erzählen, sie wären von Grund auf Schuld oder hätten von Grund auf eine Schuld in sich? Das ist psychologisch sowas von beknackt und bedenklich. Das ist absolute Katastrophe natürlich. Das grenzt schon an emotionalem Kindesmissbrauch, würde ich wirklich sagen. Kindern zu erzählen, dass du einfach eine Sünde in dir hast. Dass du von Grund auf schlecht und schuld bist. Das ist eine absolute Katastrophe. Wenn Klienten zu mir kommen und den Glaubenssatz haben, ich bin schuld und ich bin von Grund auf schlecht und ich habe was Schlimmes verdient, ich habe nichts Gutes verdient. Das ist eine absolut grauenhafte Dynamik, die unbedingt raus muss. Und Religion geht ja damit hausieren. Das ist ja deren USP sozusagen. Das ist ja das absolut Geilste, im Staub zu kriechen, weil man so ein schlimmer Sünder ist. Das ist ja gerade das Geile daran. Kriecht nicht vor mir, wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann Leute, die kriechen. Und warum kann Gott, wie ich immer sage, denn die Sünden nicht einfach mit einem Schnipsen mit der Hand vergeben? Warum muss er dann sich selbst in Form seines Sohnes, obwohl er ja eigentlich außerhalb von Raum und Zeit ist, deshalb kann er ja hier nie auftauchen, der eigentliche Gott. Aber seinen Sohn kann er dann natürlich, der ja auch selbst ist, innerhalb von Raum und Zeit auf die Erde schicken und muss sich dann sich selbst, für sich selbst, vor sich selbst opfern und kreuzigen lassen, um den Menschen die Sünden zu vergeben. Obwohl ich sie so angelegt habe, dass sie sündig sind. Geile Logik. Ja, woher kommt das denn? So kompliziert ist das doch nicht, dass du da Menschen mit manipulieren kannst, wenn du ihnen erzählst, sie werden alle schlecht und sünder und klein und bitte im Staub kriechen und so weiter. Ja, und dann noch mit der Hölle drohen. Ja, bitte verhaltet euch vernünftig, sonst geht es ab in die Hölle. Es ist ja jetzt nicht so kompliziert, wie das psychologisch alles zu deuten ist. Und deswegen ist er für mich ja nicht nur eine Person, sondern ja quasi das Zentrum von dem, wenn man das nicht glaubt. Ja, wer sagt denn, dass es ein er ist oder ein es oder ein sie? Ja, da sind wir schon wieder 20 Stufen weiter. Ja, Gott und lieb mich ja und Jesus hat er ja geschickt und bla bla bla. Und der Atheist ist halt auch am Pennen. Vielleicht haben sie es auch so abgesprochen, dass man erstmal quatscht. Aber natürlich musst du da eigentlich sitzen und alle zwei Sekunden sagen, ja stopp, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Ja, Moment. Und es wieder auf diese zwölf Sekunden runterbrechen, hast du Beweise. Und dann kommt ja, aber nee, aber ja, aber nee, aber ja, also nein. Und fertig ist das Ding. Jetzt habe ich hier gehört, es gibt einige Quellen, die belegen sollen, dass dieser Mensch gelebt hat. Ja, das ist prinzipiell richtig. Es sind gar nicht mal so viele und die belegen aber auch nur, dass ein Jesus gelebt hat. Die belegen nicht direkt, dass der Jesus gelebt hat. Das war jetzt auch nicht der seltenste Name zur damaligen Zeit. Und die bezeugen, wenn ich mich recht entsinne, auch nicht die Wunder, die er zum Beispiel getätigt hat. Obwohl die Quellen ja nicht nur sagen, dass es eine Person Jesus gegeben hat, sondern zum Beispiel die Kreuzigung von außerbiblischen Quellen zum Beispiel dokumentiert wurde, dass er gekreuzigt wurde. Und was ich halt auch spannend finde, dass sich danach eben überhaupt das Christentum ausgebreitet hat. Weil ich meine, wenn die Leute in Jerusalem damals oder in Israel, die waren ja nahe dran. Und wenn es einfach Fake News gewesen wäre, sag ich mal, kann man sowas ja ziemlich schnell ersticken eigentlich, so eine Bewegung. Aber auch die Kreuzigung von einem Typen namens Jesus ist jetzt halt vielleicht auch keine Seltenheit damals gewesen. In dem Sinne. Also verstehe ich. Weil passt zur Story. Da denkt man dann direkt, okay, wow, macht voll Sinn. Aber... Ich bin Brian. Meine Frau und ich sind Brian. Das nächste Wort ist... Sünde. Ja, und an der Stelle lassen wir es für heute mal stehen und machen einen Mehrteiler draus. Und dann sehen wir uns die Tage im zweiten Teil wieder. Und es wird immer bunter, natürlich im Verlauf des Videos. Links zum Coaching und zum Forum sind unten in der Videobeschreibung. Gerne reinkommentieren, teilt das Video mit euren Verwandten. Am besten mit den Gläubigen, damit es auch schön Zoff gibt. Und guckt es nochmal mit eurem Hund. Unten Abo und ein Favo und ein Algorithmuskommentar und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ruf für's Eventbrich. Du kannst nicht Angst haben, die die Wahrheit sprechen. Selbst wenn es eine unbezügliche Wahrheit ist, sie sind nur die Wahrheit.